Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marlsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Steiner war ein Befehl zu widersetzen! Sie singt sie zum Schweine und Adam Krebs. Wer ist Mogensierer? Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmalaraktion nur verhindert. Es hat mit denen nur ein festigen Widerstand in den Weg gelegt. Ich hatte gut daran getan, von Jahren alle Höroffiziere liquidieren zu lassen wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt. Ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhige dich doch. Nur die Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, er sagt, irren Sie sich gewaltig. Eher jacke ich mir eine Kugel durch den Kopf. Und ich schade sie vor. Ich darf keine Ahnung.